Hallo zusammen, schön, dass ihr alle da seid, so zahlreich erschienen seid. Als ich vor einigen Jahren krank geworden bin, ist mir eins bewusst geworden, ich möchte in meinem Leben nur noch das tun, was ich machen möchte und nicht mehr, was ich machen muss. Und dabei war mir auch egal, wie profitabel oder nicht profitabel ich damit bin, Hauptsache ich habe meinen freien Kopf und das manifestiert sich leider häufig auch zum Leidtragen von Veranstaltern, weil wie ihr da seht, steht dort eigentlich ein ganz anderes Thema, als ich jetzt vortrage, das habe ich nämlich kurzerhand geändert und habe dem Luki und dem Peter gesagt, hey, wie sieht es aus, zwei Tage vor der Konferenz kann ich mein Vortragthema noch ändern und da waren schon alle Karten gedruckt vor Ort, wo das Programm drin steht und die Website hatte schon das falsche Programm drauf, also das eigentlich richtige Programm. Gott sei Dank konnte ich es aber noch ändern, auf der Website wurde es geändert und deswegen sprechen wir heute nicht über die BRICS-Währung, was nämlich völlig gern langweilig ist, sondern über ein Thema, das mich kurzerhand begeistert hat und Gott sei Dank habe ich die Freiheit, heute einen Beruf auszuführen, wo ich mich auf die Dinge konzentrieren kann, die ich gerne mache und dementsprechend sprechen wir heute über das Thema Bitcoin und das Prinzip der Wirksamkeit oder Bitcoin und das Prinzip der Selbstwirksamkeit, was mich in so ein kleines Rabbit Hole gestoßen hat und mir einen kleinen Mindblowing Moment mal wieder verpasst hat und das hat mich die letzten Tage so begeistert, dass ich euch lieber dieses Projekt oder dieses Thema vorstellen wollte, als das BRICS-Thema, was irgendwie ja auch schon häufiger behandelt wurde. Immer wenn wir mit Menschen interagieren, lernen wir irgendwas Neues und das Bitcoin-Netzwerk ist eine Art kollektives Lernen. Irgendwer mit einer Fachkompetenz aus irgendeinem Fachbereich tritt dem Netzwerk bei, bringt seine Gedanken mit ein, die ersten Teilnehmer des Netzwerks nehmen diese Gedanken an, teilen sie mit allen anderen und irgendwie werden wir alle als kollektiv schlauer und wir sünken uns. Wir haben alle irgendwann einen Wissensstand über Ökonomie, über Physik, über all die Dinge, die uns begeistern, die uns das Hinterfragen von Bitcoin erlauben und auch die Möglichkeit, darauf wieder Antworten zu finden. Und das Ganze macht uns schlauer und alleine das ist ein Riesenwert, den Bitcoin uns bringt. Und an dieser Stelle habe ich mit meinem besten Freund, dem Chris, der jetzt auch Gott sei Dank mein Assistent geworden ist und mit dem ich seit 20 Jahren befreundet bin, über ein Thema gesprochen, was aus seinem Fachbereich kommt. Denn Chris ist Sozialpädagoge, hat vorher eine Ganztagsschule geleitet, hat dort mehrere eigene Mitarbeiter gehabt und hat sehr viel Expertise im Bereich der Pädagogik und sehr viele Fortbildungen in dem Bereich und kennt sich einfach sehr gut aus. Und wir kamen auf das Verhalten seiner Kinder zu sprechen. Er ist jetzt zweifacher Vater, eine dreijährige Tochter und eine einjährige Tochter und dabei ist ein Thema aufgekommen, wo ich mir gedacht habe, ja spannend, wie kann das eigentlich sein, dass Kinder, andere Kinder hänseln und ärgern und so grausam sind zueinander, ist das ein natürliches menschliches Verhalten und sind wir vielleicht im Kern eigentlich böse Geschöpfe? Und dann sagt er, nee, das Thema ist ein ganz anderes. Aus pädagogischer Sicht versuchen Kinder damit was zu erzeugen, weil sie irgendwann ein Verhalten erlernen, was eine gewisse Wirksamkeit nach sich zieht. Er hat das damit beschrieben, dass sie auf die Welt kommen als Kinder, schreien erstmal, schreien die Ärzte an, unsere Eltern an, es ist kalt, es ist alles einfach super unangenehm und wir lernen so langsam, immer wenn ich schreie, wird es auf einmal warm, immer wenn ich schreie, gibt es auf einmal Essen, immer wenn ich schreie, kann ich nicht schlafen legen. Wir erlernen Wirksamkeit, ganz langsam sukzessive. Und so ist es bei Kindern auch, denn irgendwie fangen Kinder an, wenn sie andere Kinder hänseln, immer die gleichen Kinder zu hänseln. Und der Grund ist einfach, sie lernen, ich drücke diesen Knopf und am Ende kommt ein Verhalten bei einer anderen Person hinten raus, welches ich erzeugt habe. Ich versuche irgendwie Ordnung in mein Leben zu bringen, ich versuche Sicherheit in mein Leben zu bringen, ich versuche meine Welt zu kontrollieren, ich versuche wirksam zu sein. Und dieses Verhalten ist nicht böse, auch wenn dieses Verhalten häufig grausam ist, gerade wenn immer die gleichen Kinder darunter leiden müssen und die ja wirklich auch dann gar keine Chance mehr haben, wirksam zu sein in irgendeiner Form, ist das Verhalten von den Kindern als Initial, Push, gar nicht als böse gedacht oder aus einer Boshaftigkeit entstanden, sondern aus dem Wunsch entstanden, selbst wirksam zu sein und irgendwie sein eigenes Leben zu kontrollieren und ein Stück weit Kontrolle zu spüren. Ein Stück weit seine eigene Welt kontrollieren zu können und irgendeinen reproduzierbaren Prozess ausführen zu können, auf den man sich verlassen kann. Ich drücke den Knopf, das Kind weint, ich kontrolliere diese Welt, Ziel erreicht. Wir lernen dann irgendwann, dass das zu Konflikten führt und dass es viel, viel bessere Methoden gibt, selbst wirksam zu sein und dann fangen wir an, einen Beruf zu erlernen und in Kooperation zu leben. Wir stellen fest, dass wenn wir als Baby ständig schreien und irgendwas bekommen, dass wir viel zielgerichteter werden können. Statt zu schreien, können wir unsere Sprache benutzen und sagen, ich habe Hunger, Durst, mir ist kalt, mir ist warm und kriegen so das, was wir wirklich brauchen und zwar ein viel effizienter, viel gezielter. Und so ist es ein ständiger Lernprozess, in dem wir versuchen, selbst wirksam zu sein, unsere Welt zu kontrollieren, irgendwie Einfluss auf diese Welt nehmen zu können und lernen eben mit der Zeit, kooperativ zu sein. Und so erlaubt es unsere Arbeit, wirksam zu sein, ein Produkt zu schaffen, was andere uns abkaufen, wodurch wir diese Wirksamkeit spüren, wodurch wir Geld bekommen und andere wirksam sein lassen können in unserer Welt. Das heißt, Geld ist eine Art gespeicherte Wirksamkeit, die wir einsetzen können, um unsere Welt zu kontrollieren und unsere Ziele zu erreichen und uns ein Gefühl von Sicherheit zu verschaffen. Und das große Problem ist, dass es andere gibt in diesem Geldsystem, die das auch können, nur mit dem Unterschied, dass sie dabei nicht kooperativ sein müssen, können einfach Geld drucken. Jeder strebt nach Wirksamkeit. Auch nichtmenschliche Wesen, wie der Staat, strebt nach Wirksamkeit. Er möchte wirken können auf der Welt. Und weil der Staat selber nichts produziert, muss er unsere Wirksamkeit dafür nehmen. Und er hat einen ganz tollen Mechanismus dafür gefunden, er kann einfach Geld drucken. Er ist einfach in der Lage, uns die Wirksamkeit wegzudrucken. Und das hat ganz viele negative Effekte. Dieses Geld wird umverteilt und macht große Unternehmen sehr wirksam. Ich habe immer wieder das Beispiel angebracht von VW, die 200 Milliarden Dollar Schulden haben und berufe mich ja ständig darauf. Und interessanterweise bei der Recherche für jetzt die aktuellen Zahlen, bin ich fast vom Stuhl gefallen, als ich gesehen habe, huch, da stehen ja jetzt auf einmal 400 Milliarden. Meine letzten Zahlen sind ja gar nicht so alt gewesen. Also es ist jetzt wirklich ganz, ganz schnell ganz viel schlimmer geworden in dieser Situation, weil dieser Konzern unfassbare Geldmengen bekommt. Jetzt muss man fairerweise sagen, 70 Prozent von den Schulden, die VW macht, sind eigentlich Euro-Schulden, in dem Moment, wo ihr einen Kredit bei der VW-Banken nehmt, dann schöpfen die aus dem Nichts Geld, das heißt, sie nehmen es der Gesellschaft weg, leihen es euch, ihr könnt dafür ein VW-Auto kaufen, aber sagen wir mal ehrlich, das ist ein Prozess, an dem nur VW profitiert in dem Moment und das ist der Kategorien-Effekt. Und das sind die Schulden, die eigentlich dieser Konzern hat. Spannend, hier als Vergleich auch RWE mit 111 Milliarden Euro Schulden bei einem Nettogewinn von 1,5 Milliarden Euro aus dem operativen Geschäft. Also da sieht man schon, wie ineffizient dieser Prozess ist, aber wie wirksam RWE ist, weil sie eben diese Schulden machen können und auch ganz viele Dinge machen können, die uns stören, Probleme erzeugen können und uns sogar Preise vorgeben, weil dadurch, dass RWE Schulden machen kann, können sie günstiger Kohle abbauen und wir können günstigen Kohlestrom kaufen, obwohl sich das vielleicht für uns eigentlich gar nicht mehr lohnen würde. Und so schütze ich auch das ganze System. Weil in dem Moment, wo wir den Kohlestrom verbrauchen, kann man uns wiederum sagen, oh, jetzt habt ihr aber CO2 verursacht, jetzt müsst ihr aber irgendwelche Briefe bezahlen, damit das wieder gut wird, dieser ganze Prozess. Dabei ist der ganze Prozess dadurch geschaffen, dass uns die Wirksamkeit geklaut wurde und unfair auf Unternehmen verteilt wurde, die dafür nicht wirklich profitabel sein müssen. Und das führt dazu, dass die oberen 1% immer reicher werden, die unteren 90% immer ärmer. Und was wir hier sehen, da wo der rote Pfeil hinzeigt, der orangene Pfeil, ist der Moment 1971, das ist der Moment, wo final die Regeln, so wie wir das Geld heute verwenden, definiert wurden. Vorher gab es auch schon Fractional Reserve, da wurde auch schon mehr Geld erzeugt, als Gold hinterlegt wurde, aber es gab noch eine kleine Bremse dafür. Die Bremse ist gar nicht mehr da, was wir sehen, ist, dass eben mittlerweile das Ungleichverhältnis von Wertverteilung immer schlimmer wurde. Und wenn man das auf das Prinzip, auf unsere ursprünglichen Dinge, die wir uns als Menschen versuchen zu erhoffen, tun zu können und zwar wirksam zu sein auf dieser Welt, um Sicherheit aufzubauen, um unsere Welt zu kontrollieren, betrachtet, dann sehen wir, dass die unteren 90% immer weniger Kraft haben, auf dieser Welt wirksam zu sein und die oberen 1% immer mehr. Wir verteilen die Wirksamkeit um von den Menschen, von der Masse zu wenigen einzelnen Teilnehmern. Ja, und wenn wir dann sehen, dass RWE und andere Konzerne einfach immer weiter produzieren können, weil sie unsere Wirksamkeit rauben, dann macht das das mit unserer Welt und wir stehen irgendwann machtlos vor den Trümmern der Industrie, die nicht im Einklang mit unserer Welt funktioniert und auch wenn das Bild jetzt sehr traurig ist, das ist aber leider auch irgendwo die Realität und wir merken einfach, dass irgendwas mit der Welt nicht stimmt, dass unsere Welt kaputt geht, wir können das kaum greifen und wir können vor allem eins nicht, wir können nichts dagegen tun. Wir sind nicht mehr wirksam. Wir haben keine Wahl mehr. Selbst wenn wir diese Konzerne ignorieren, sie können weiter produzieren, sie brauchen uns nicht. Es wird einfach unsere Kaufkraft gedruckt und umverteilt. Und das bringt die Menschen zur verzweifelten Tat. Die Menschen versuchen irgendwie wirksam zu sein. Sie wissen gar nicht wie und kleben sich in ihrer Verzweiflung an die Straße. Sie spüren einfach, ich kann nichts mehr machen. Dann mache ich irgendwas, was völlig verrückt wirkt, aber auf einmal bin ich wirksam. Die Medien berichten darüber, Leute regen sich auf, irgendwas bewirke ich. Ich drücke einen Knopf und hinten kommt irgendeine Reaktion raus. Ich habe gelernt, ich kann wieder einen Knopf drücken in dieser Welt. Die Knöpfe, die mir abhanden gegangen sind, die werden weggedruckt worden. Ich kann wieder irgendwas drucken. Das Geldsystem hat uns zurückgeschmissen zu dem Zustand, wo wir andere mobben. Wo wir versuchen müssen, mit dem Mobbing irgendeine Reaktion auszulösen, weil das die einzige Art und Weise ist, überhaupt noch was auslösen zu können. Weil wir es nicht mehr können, weil wir die monetäre Kraft nicht mehr dafür haben. Wir fühlen uns auch selber nicht mehr. Wir haben den Eindruck, wir sind verschwunden. Wir brauchen Selbstbestimmungsgesetze, die das irgendwie wiederherstellen. Wir brauchen Gesetze, die unsere Welt uns zurückzugeben scheinen. Wir versuchen uns den Mechanismen, die uns noch bleiben, zu bedienen, um irgendwie wirksam zu sein, um unsere Wirksamkeit wieder ausdrücken zu können und einen Beweis für die Wirksamkeit zu haben. Hier ist mein Recht für meine Wirksamkeit. Das bin ich. Das ist mein Leben. Und dabei brauchen wir immer schärfere Regeln. Wir brauchen Dinge, die anderen in ihre Wirksamkeit nehmen, weil das noch das einzige Gespür ist, was wir verspüren und schränken uns selber dabei immer weiter ein. Was illegal ist, muss raus aus dem Netz. Das ist der Digital Service Act. Große Zensur aller möglichen Medien, sozialen Medien, wo Twitter gerade versucht, in den Kampf gegen zu gehen, mit Sicherheit nicht gewinnen wird. Wo die EU vorgeben kann, was ist Recht, was ist Unrecht und was darf im Internet stehen und was nicht. Wer darf wirksam sein, wer nicht. Wer darf sprechen, wer nicht. Da haben wir wieder den Pfeil, das ist 1971 und das sind die Gesetze, das sind die Anzahl der Seiten, die jährlich dem US-Bundesregister hinzugefügt werden. Und wir sehen einfach, dass diese Welt, weil wir unsere Wirksamkeit nicht mehr in einem monetären Gut speichern können, immer mehr darauf angewiesen ist, das mit den Mechanismen zu machen, die uns noch bleiben. Gesetze definieren, Handelsräume eingrenzen und die Möglichkeit schaffen, irgendwas zu bewegen, was nichts mehr mit Geld zu tun hat, in direkter Form. Und die Gesellschaft, was ich immer wieder höre, verblödet. Viele sagen, die Menschen sind nicht in der Lage, Eigenverantwortung zu übernehmen, schon mal gar nicht für Bitcoin. Wir brauchen Custodial Service, wir brauchen die Möglichkeit, dass es immer einfacher wird. Guck dir an, wie dumm die ganzen Menschen sind. Wenn das so wäre, dann wären wir weg. Wenn wir Menschen nicht in der Lage wären, als kooperative Wesen zu überleben, dann hätten wir es nicht bis hierhin geschafft. Wir brauchen keinen Staat, der für uns denkt. Wir brauchen keine Obrigkeit, die uns unser Leben vorgibt, weil wir sonst so dumm wären, ein- und auszuhatmen und tot umfallen würden. Das wird uns suggeriert. Wir verlieren unsere Wirksamkeit und damit auch unsere Eigenverantwortung, sodass dieses Bild entsteht. Kennt ihr diesen Trend? Schon mal gesehen? Das ist der TikTok-NPC-Trend. Ganz einfaches Prinzip, eine Dame, eine Person. stellt sich hin und macht Ereignisse nach. Man kann zum Beispiel ein Eis spenden. Dann suggeriert diese Person, dass sie kurz das Eis gegessen hätte und macht ein Geräusch, wie das es geschmeckt hat. Ein Hm oder Oh. Und das ist repetitiv. Also wie ein Nichtspieler-Charakter aus einem Computerspiel. Wie so ein Bot. Und was die Menschen aber können, die können sehr schnell kurze Impulse reinspenden und diese Figur macht diese Impulse. Auch wenn sie repetitiv sind. Ich spende ein Eis und sehe, diese Figur macht. Hm, Oh. Und das erinnert uns irgendwie an, ich drücke einen Button und ich bin wirksam. Uns wird die Wirksamkeit so weit genommen, dass für die meisten Menschen dieses Konzept, das Gefühl von Wirksamkeit auslöst. Und wir denken, wir können wieder ein Stück weit unserer Welt kontrollieren. Ich kann eine Kiwi, ein Popcorn, ein Eis spenden und hinten raus kommt Wirksamkeit. Das hat aber das Fiat-System erzeugt. Wir Menschen haben eigentlich keinen Bedarf daran, wenn wir wirklich mit unserem Geld Wirksamkeit spüren könnten. Wir haben diesen Bedarf, weil wir keine andere Möglichkeit mehr haben. Der zweite Punkt, der immer wieder interessant ist, wenn man dann feststellt, dass die Menschen ja scheinbar alle zu dumm sind, sich mit Bitcoin auseinanderzusetzen ist. Aber warum verstehen es so wenige? Warum verstehen so wenige Menschen, wie sinnvoll Bitcoin für uns ist? Und der Grund ist genau das hier, weil sie noch irgendeine Form von Wirksamkeit spüren. Links, Superreiche, rechts, Superarme. Wer ist mehr wirksam in dieser Welt? Wer hat mehr Wirksamkeit? Die, die gedrucktes Geld in Form von Krediten bekommen, aus dem staatlichen System, durch Subventionen, durch Förderungen, durch Vorteile, die das Geld ausgeben können, Industrien bauen können, auf dem Rücken der Gesellschaft oder die Gesellschaft, die immer weiter in die Armut rutscht. Die Menschen rechts spüren keine Wirksamkeit mehr. Sie verblassen in dieser Welt. Sie haben keine Stimme, sie werden nicht gehört, sie werden ignoriert. Für diese Menschen ist Bitcoin ein Tool, ein Werkzeug, Wirksamkeit zurückzuerlangen. Das ist genau der Grund, warum für diese Menschen Bitcoin viel, viel früher als Verständnis im Kopf sich manifestiert, als für die Superreichen. Die haben das Problem nicht, sie sind noch wirksam. Erst, wenn uns die Wirksamkeit schwindet, merken wir langsam, wie sehr wir Bitcoin eigentlich brauchen. Und je schlimmer der Zustand wird, je schlimmer die Auswirkungen werden, desto mehr brauchen wir Bitcoin. Wir werden vor die Wahl gestellt. Teil der Fiat-Welt bleiben, Fiat-Regeln spielen, versuchen hier wirksam zu sein, uns an die Straße zu kleben oder dem Tool, das der Staat für sich nutzt, uns die Wirksamkeit zu klauen, den Rücken zukehren und sagen, statt dass wir deren Geld vertrauen, vertrauen wir einem Geld, was niemand kontrolliert und wo uns keiner die Wirksamkeit stiehlt. Wir schaffen den Ausweg. Wir schaffen für uns persönlich als Individuen aus einer ganz persönlichen Entscheidung die Möglichkeit, ein Werkzeug zu nutzen, mit dem wir wirksam sein können in dieser Welt. Und das Spannende ist, dass, wie ich eingangs sagte, das nicht nur für uns Menschen gilt, sondern auch für jedes operierende Organ. Jeder will wirksam sein. Jeder will in dieser Welt was bewegen können. Das betrifft auch Staaten. Damit kommen wir sogar ganz kurz zu meinem Eingangsthema. Und egal, ob die BRICS-Starken jetzt wirklich gefährlich werden für den Dollar oder auch nicht, eins ist ganz klar, die Konkurrenz ist da, der Druck ist da. Und für jeden wird Bitcoin früher oder später interessant. Ab dem Zeitpunkt, wo wir nicht mehr wirksam sind, uns entweder der anderen Seite anschließen müssen, die sich unsere Wirksamkeit nimmt und wir vor die Wahl gestellt werden, oder nehmen wir Bitcoin, kann Bitcoin einen Nutzen haben. Und genau das sehen wir aktuell. Ich glaube, dass keiner der Präsidenten, die heute Anwärter sind und Bitcoin als einen ihrer Leitthemen machen, wirklich gewählt werden. Aber wir sehen, dass nach nur 14 Jahren aus einer Grassroots-Bewegung, einer Bewegung, die aus den Individuen heraus entsteht, dieser Bedarf bis an die oberste Ebene der heutigen Kontrollinstanzen hochgeht. Und dass man feststellt, jeder braucht Bitcoin, jeder will Wirksamkeit und wir brauchen ein faires System, was uns die Wirksamkeit nicht stiehlt, indem wir in unserer Welt kontrollieren können, was wir kontrollieren wollen. Und wenn das für Staaten funktioniert, dann funktioniert es vor allem für uns Menschen. Wir haben ein Werkzeug gefunden, mit dem wir genau diese Möglichkeiten haben. Wir haben ein Werkzeug gefunden, was keine Klassen kennt, keine Rassen kennt, keine Grenzen kennt, keine Geschlechter kennt, keine Gesetze kennt, keine Regeln kennt. Grenzenlos, zensurresistent für jeden von uns da ist. Es macht keinen Unterschied, egal wie ihr aussieht, wo ihr herkommt, ist Bitcoin alles egal. Jeder kann es benutzen, weltweit. Eine Lösung, die für jeden Menschen funktioniert. Nicht nur für Amerikaner, nicht nur für Europäer, nicht nur für mich, nicht nur für euch, für jeden. Bitcoin ist unser Button. Wir haben Wirksamkeit. Mit dem können wir in der Gesellschaft Bedarf bedienen, Nachfrage erzeugen. Mit Bitcoin werden wir wirksam. Wir schaffen es, eine kaputte Fiat-Welt zu reparieren. Wir schaffen es, die Kontrolle über die Welt, über unsere Welt zurückzuerlangen. Wir schaffen es, dass die Kontrolle, die über uns erlangt wurde, gebrochen wird. Und jeder wieder in der Lage ist, selbstwirksam zu sein. Und das gibt uns genau das, was wir uns von der Selbstwirksamkeit erhoffen. Es gibt uns Sicherheit. Ruhe. Wir brauchen keine Angst mehr haben, dass das Fundament unserer Welt erschüttert wird. Weil wir insgeheim wissen, dass wir keine Macht haben. Dass Konzerne uns alles klauen können, der Staat uns alles klauen kann. Wir brauchen niemandem mehr Vertrauen. Genau das ist der Grundstein für eine gesunde Gesellschaft, die in Harmonie miteinander umgeht, in der wir positiv lernen, wie unsere Wirksamkeit das Leben anderer positiv beeinflusst und wir selber dadurch ein erfüllteres Leben leben können, in Sicherheit und ohne Angst. Und deswegen ist Bitcoin ein Werkzeug dafür, dass wir sagen können, Bitcoin bringt dir Wirksamkeit. Dankeschön. Danke. Und wie ich erwartet habe, bin ich mit dem Vortrag viel zu schnell fertig. Ist auch kurz vor der Konferenz entstanden. Ich möchte aber, falls ihr wollt, die Möglichkeit für Fragen bieten. Wenn keine da sind, ist das auch okay. Wenn jemand eine Frage hat, einfach die Hand heben. Das kann auch zu einem ganz anderen Thema sein. Dann können wir das einfach so ein bisschen verbinden, wie so ein AMA. Ein klassischer Livestream hier, vor Ort live. Also wenn es irgendeine Frage gibt, stellt sie gerne. Debbie hat ein Mikrofon. Ich glaube, es gibt sogar noch ein zweites. Einfach die Hand heben, wenn irgendwer irgendwas wissen möchte zu dem Thema. Oder ich glaube, da vorne haben wir jemanden. Debbie? Oder ach, der Luki geht schon hin. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, gar keine Frage zu stellen, sondern dir, Roman, Danke zu sagen. Danke für diesen Vortrag und aber vor allem auch, dass du dieses Thema, was ja auch nach außen polarisiert und du auch bestimmt an der einen oder anderen Stelle Widerstand bekommst, dafür einstehst und deine Überzeugung vertrittst. Und ich habe diese Energie gerade sehr hier gespürt. Und ich glaube, nicht nur ich, sondern viele hier in diesem Publikum. Und dafür möchte ich dich einfach ehren und unterstützen, diese Reise. so weiterzugehen. Danke dir. Dankeschön. Vielen Dank. Hallo Roman. Danke für den Vortrag. Hat mich sehr berührt. Ich habe eine Frage, die ich von einer Freundin an dich weitergeben möchte, weil sie hat mir diese Frage gestellt. Ich habe mit ihr viel über Bitcoin geredet und ihr viel erklärt und sie stellt mir immer gute Fragen und die möchte ich jetzt weitergeben. Sie hat mich gefragt, was ist mit den Menschen, die nicht früh genug mitbekommen von Bitcoin und am Ende voll überrannt werden von vielleicht einer kommenden Hyperinflation und am Ende sehr viel verlieren und sie hat mich gefragt, was sind die Älteren, die Omas, die Opas, die dann sehr viel verlieren und eigentlich noch von Bitcoin hätten mitbekommen sollen. Wie geht man damit um? Ja, also da würde ich zwei Antworten geben. Die eine, wenn wir uns die Statistik anschauen von denen, die zumindest meinen Content konsumieren, dann sind die meisten eher älteren Alters, tatsächlich genau die, um die sich deine Freundin sorgt. Es sind eher die Jüngeren, die das Thema nicht verstehen. Auch das ist leicht zu erklären. Wenn ich jung bin, sagen wir 18 Jahre alt, gerade Praktikum fertig gemacht, komme in die Ausbildung, verdiene mein erstes Geld, dann habe ich die ganze Zeit erstmal mehr Wirksamkeit als vorher. Dann verdiene ich irgendwann noch mehr Geld, wenn ich meine Ausbildung fertig habe, noch mehr Wirksamkeit und dann irgendwann kommt die Realität, ich ziehe aus und merke, so wirksam bin ich mit den paar Krücken gar nicht, die ich verdiene und dann erst kommt das Interesse und die Nachfrage nach dem Mittel, was mir hilft und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum meine Zuschauerschaft mit höherem Alter einfach größer ist. Das andere ist, dass ich glaube, dass wir als Gesellschaft immer vor derartigen Problemen stehen, dass wir uns unterstützen müssen oder dass Menschen Unterstützung brauchen. Uns aber die Wirksamkeit auch an dieser Stelle genommen wird, überhaupt Unterstützung leisten zu können. Wer kann sich das leisten, einer anderen Person mit aufzufangen, hier auf die Beine zu helfen? Wie viel Geld haben wir dafür? Wie viel Möglichkeit, selber Erspartes auf Erspartung zurückzugreifen? Ein wichtiger Punkt bei der Definition oder bei der Preisfindung von Geld ist, dass Geld ja einmal den Effekt hat, dass Wirtschaftsleistung und Hab und Gut, was innerhalb einer Gesellschaft vorhanden ist, den Preis definiert, kann ergänzt werden durch einen Bedarf an Sicherheit. Je unsicherer die Zukunft ist, je ungewisser die Zukunft ist, so mehr Bedarf habe ich, Rücklagen aufzubauen. Und die Realität ist, keiner kennt die Zukunft. Deswegen sollte jeder sparen können. Stattdessen haben wir alle Schulden. Das ist das Problem, dass wir uns gegenseitig gar nicht helfen können in schwierigen Zeiten, weil genau dafür sind Rücklagen da. Wenn das, was ich gerade vorgetragen habe, stimmt und wir als Kinder ganz natürlich erlernen, dass wir in kooperativen Verhalten wirksamer sind als in feindlichem Verhalten, dann bin ich mir sicher, dass das Outcome nicht sein wird, dass wir die Menschen, die es zu spät verstehen, hinten runterfallen lassen. Und da glaube ich an uns, an die Menschlichkeit. Und wenn ich in diesen Raum hier reingucke und wenn ich mit Menschen rede, spüre ich so viel Positivität, dass ich einfach sagen muss, ich bin auch davon überzeugt, dass Menschen dieses Verhalten sehr schnell zurückerlangen und lernen in dem Moment, wo sie ein hartes Geld für sich entdecken. Und von daher habe ich ehrlich gesagt keine Angst, weil ich keine Angst habe, dass Menschen in sich grausam sind, sondern eigentlich an kooperative Wesen glaube. Es ist nur häufig das System, was uns einreden will, dass man sich darauf nicht verlassen könne, weswegen es sich selber rechtfertigt. Gut, wenn sonst keine Fragen mehr offen sind, bedanke ich mich und wünsche euch noch einen wundervollen Abend und ganz viel Spaß weiterhin auf der Konferenz. Man sieht sich bestimmt die nächsten Tage noch und viel Spaß mit den nächsten Vorträgen. Tschüss zusammen. Applaus